So. Palim, palim. Oh, ich hab keinen Bock. Da kommen sowieso nur immer drei raus. Aber wir brauchen den. So. Jetzt rennen wir da hoch. Rennen wir da hoch. Und holen uns diesen kleinen Penner. So. Oh, ich bin heute so beleidigt. Was ist los? So kenn ich mich gar nicht. Doch, eigentlich schon, aber pscht. Ich weiß gar nicht, wie viele hier komischen Viecher wir immer einsammeln müssen. Ich find das eigentlich schade, dass er uns nicht gesagt wird. Aber wenn man das weiß, ne. Alter, habt ihr das gesehen? Da rüttelt sich und brückelt sich. Also den machen wir nicht kaputt. Aber das machen wir kaputt. Uuuuuh. Ähm. Was sind das denn? Okay. Merkwürdig. Was sind das für Dinge? Okay. Die sind echt merkwürdig. Davon mal abgesehen. Äh. Und ich komm da nicht hoch. Ach ja. Oh Gott, 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 oh Gott. War das jetzt mit Absicht so, oder? Müsste eigentlich. Weil sonst würde ich den Sinn jetzt hier nicht verstehen. Treten, 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 treten oder schlagen, wie auch immer. Und hier ist so ein... Oh. Oh, diese Musik, ne. Alter, wie viele sind das denn? Achso, ich sollte mal rennen. Kann man jetzt hier... Nein. Wie komm ich darauf? Kein Wollschanken zu machen. Warum komm ich darauf? Da ist was. Ich seh's doch hier. Ich seh's doch. Ich seh's doch. Na, sieh dir. Bestimmt hab ich vorhin was verpasst. Ich weiß dat. Mann, Mann, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist ja... Das ist ja... Oh, die müssen wir kaputt machen. Sieg der... Das ist ja... Müssen wir die jetzt kaputt machen? Das war aber scheiße. Das hätte beinahe schiefgehen können, ey. Oh. Hätte ich das Herz jetzt nicht, ne? Hätte beinahe schiefgehen können. Und da mach ich auch nen Fehler, ne? Kann hier wohl nicht wahr sein. Aber wir haben's jetzt geschafft. Wir haben ein Käfig von... Drei. Ich hoffe, ich hab nix übersehen und das Level ist groß genug. Sonst müssen wir gleich von vorne anfangen. Aber dieses... Dieses... Dieses Zeitlimit, das man da drin haben muss, ne? Das irritiert mich irgendwie ein bisschen. Ich hab aber kein Lust jetzt... Mann. Kann doch wohl nicht angehen. Ich hab irgendwas übersehen. Irgendwas. Und ich weiß nicht was. Laden. Laden. Ich hoffe, ich hab jetzt echt nichts übersehen. Sonst... Sonst dreh ich durch. Das... Das ist nämlich... Komm, los. Ich hoffe, da kommt noch was. Weil sonst hab ich richtig verschissen. Weil ich glaube auch nicht, dass wir nur 156... Ähm... Gelbe Viecher sammeln sollen. Okay, es geht noch weiter. Oh, diese Musik, ne? Ich find die niedlich. Also, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine Fresse. Oh, die Münze ist weg. Mich tritt ein Pferd. Scheiße. Jetzt... Jetzt... Jetzt bin ich aber in Rage-Modus, ey. Da kann doch wohl nicht A sein, dieses fucking Spiel, ey. Hättest du nicht sagen können, hallo? Hier klingelt ne Münze. Kannst hier ganz viele gelbe Penner holen. Kann doch wohl nie was sein, ey. Oh, Scheiße. Und was passiert hier? Also, hier öffnet sich schon mal was. Ich hoffe nicht, dass das jetzt gleich... Okay, ich hab ne Münze. Und weiter geht das Ding auch nicht auf. Oh Gott sei Dank. Also, ich weiß hier nicht, was ich hier alles machen muss, ne? Also, davon mal abgesehen. Ich lauf extra langsam, weil ich... Jetzt hab ich richtig Schiss, dass ich wirklich was übersehen hab. Die Käfige oder weiß, weiß ich was. Weil mir sieht das jetzt echt nach Ende aus. Oh, Mann. Ich dachte, ich kann... Da unten ist was. Da kommen irgendwie... Seht ihr das? Sind das Augen gewesen, oder? Ich will hier runter. Halt dich... Halt dich nicht fest, du Arschgesicht. Oh, Mann, oh. Geh doch da einfach runter. Warum hältst du dich einfach fest, ey? Wer sagt dir denn sowas? Also, ich nicht. Gut. Ja? Oh, Gott sei Dank. Also, hier ist auch noch so ein Käfig. Das sieht man an der Tür. Die sehen nämlich aus wie diese... pinken Smileys mit... ...ja... ...mit Zöpfchen. Das ist mir erst später aufgefallen. Das muss doch hier einen Grund geben. Okay, ich kann so durch, aber das nützt mir ja nichts. Deswegen sind bestimmt diese Trampolins da. Äh, das war gut. Ja. Da muss man nämlich irgendwie... Okay. So geht's nicht. Das nenne ich bestimmt Timing. Nein. Das kann doch wohl nicht angehen. Heute ist echt nicht mein Tag. Oh, Gott sei Dank. Juhu. Also, das war ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. Mit Walljam und... Oh, ich hab jetzt keinen Bock da. Ähm, mit Walljam und so. Oh, Gott. Das kann nur mir passieren, ne? Ist jetzt zum Göbeln. Ich lass ihn jetzt einfach rutschen. Oh, das... Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Gott. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich musste erst innehalten. Hallo. Ich drücke X gedrückt und er will das nicht. So, da sind wieder die Grinsenmännchen mit dem blonden Schopf. Schopf. So heißt das, ja. Und noch ein Käfig. Ich hoffe, ich hab's echt nicht übersehen. Sonst drehe ich durch. Aber ihr... Habt ihr irgendwie gesehen, dass deine Tür war irgendwo? Also... Sag mir nicht, das ist das Ende. Ladebildschirm. Sag mir nicht, das ist das Ende. Wie heu sonst? Alter, sag nicht, das ist das Ende. Ladebildschirme hängen. Hängen. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte mich auch gewundert, weil... Wegen den Blumen und so. Aber hier oben, die Blume, die irritiert ein bisschen. Die irritiert echt schön. Also, wenn da jetzt oben nichts ist, ne? Also, hier oben muss ja was sein. Ein König. Okay. Gott sei Dank ist hier niemand. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Yay. Also, es war fast gut. Einen haben wir nicht. Und wir hatten gerade fast ne Schnappsaal. Hätte ich den letzten nicht eingesammelt, hätten wir 222. Klingt das nicht schön. Ja. Also, ich renne nicht, weil ich will echt... Oh, Herz ist sehr wichtig für mich. Juhu. Ja, ja. Zack. Oh, Gott. Dieses komische Ding hat mich irritiert, ey. Okay. Okay, ich muss wieder drauf. So. Oh, Gott. Okay, ich muss da hin. Weil die Münze ist mir schon echt wichtig. Da müssen wir halt ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht, wie man hier so schnell... Ähm, hier die Zeitpunkte holen... Ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es. Jetzt warte ich. Jetzt habe ich keine Lust. So. Ja. Ich könnte kotzen, ey. Dieses scheiß Ding. Es bleibt so. Oh, Gott. Wie soll man das bitte hinkriegen ohne Herz? Bitte sagt es mir. Bitte sagt es mir. Oh, Gott. Ja, jetzt... So sieht es also aus, wenn man von dieser Kackpflanze gefressen wird. Aber bitte, sagt mir. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich hätte bestimmt diese blöde Knospe erwischen sollen. Weil dann sind diese doofen Viecher nämlich weg. Aber zum Glück müssen wir nicht so viel nachholen. So wie es aussieht. Ach nee, müssen wir doch. Oder? Ach ja, mein Kurzzeitgedächtnis. Ein Traum. Ist traumhaft, ne? So. So. Dann haben wir schon mal das. Dann müssen wir hier drauf. Dann müssen wir da drauf. Und jetzt müssen wir... Oh, Gott. Okay. Ich weiß jedenfalls, wo der bis wann und wo er hingeht. Wo er was wie, wo die, das, der, die, das... Ach, ist doch alles scheißegal. So. Wir warten jetzt ein bisschen und... Kriegt das Göbeln gerade, ne? Ja, das lohnt sich jetzt für mich. Ihr seid so richtig blöd. Schnell, schnell. Ey, das war gut. Sag mir nicht, dass es schlecht war. Aber das war auch hektisches... XYB. Spring mich tot fertig. Nein. Nein. Schnell. Kacke. Das kostet mich Zeit und... Okay, da oben ist ne Münze. Und wie krieg ich diese doofen Viecher? Klatsch.